Oh, hallo, gelber Hupwagen, Blondine. Wups, so. Hallöchen. So, ich tausche die Nummer später aus. Jetzt wollen wir erstmal durchspielen, ne? Da hat jemand geschossen. Ja, ja, ja. Ist blöd, wenn man so einen roten Helm hat, ja? Ich laufe ja auch nicht. Also, ich schleiche mich auch nicht hier im rosa Tütü rum oder so. Oh, hallo. Wups. Oh, oh. So. Hüah! Ah, verdammt. Oh, mitten ins Erster. Oh, ne, doch. Mitten in die Hand. Wow, ist der geflogen. Oh, oh, ich höre ihn. Moment, ich muss kurz lauschen, von wo er kommt. Da! Okay, ich hab nicht gelauscht, aber ich hab's gespürt. Oh, ha. Das tut so weh. Bist du tot? Ja. Der ist tot. Gut, gibt es hier nicht sonst noch was? Da gibt es eine Schrottflinta. Die nehm ich, die Schrottflinta. Boah, ich dachte, da steht jemand. Na. Schon wieder spielt mir die Nagelpistole. Ein paar kleine Streiche. Finde ich nicht nett, aber gut, gut. So, ich will da hoch. Geht's vielleicht mit springen schneller? Ja, ich bin sehr ungeduldig. Ich will laufen. Ich will sprinten hier. Wie ein Weltmeister. Ja. Ja. Geht's hier? Ja, da geht's weiter. Und da oben? Ah, hallo. Äh, Gesundheits... Ne, Reflexboost. Das ist cool. Hier geht's nicht weiter. Hier ist ein Kühlschrank. Den will ich öffnen. Ah, verdammt. Ich hab schon ne... Lange nichts mehr gegessen hab ich. Oh. Wie siehst du... Da, da, da ist... Äh, hier. Ich hab alles aufgehoben. Achso, ich dachte schon. Ich dachte schon, du bist hier... Äh, Alma in männlich und so. Aber wo wir gerade von Essen geredet haben... Du schmeckst doch bestimmt gut, oder? Moment, den hol ich mir gleich. Irgendwie hab ich Lust, ihn abzuknallen. Äh, ist das schlimm? Moment, ich speichere mal kurz. Flups. Und ich, äh... Knall ihn ab. Hey. Cool. Na? Wie gefällt dir das Piercing? Cool, oder? Moment, hier kann ich doch irgendwie so rauf und dann... So, und jetzt... Moment, Moment. Jetzt, äh... Hey, cool. Jetzt können wir den voll abknallen. Oh, der stirbt echt. Oh Gott, der stirbt echt. Oh Gott, der stirbt echt. Ich hab ihn getötet. Oh Gott, nein. Ich, ich lade kurz. Ja, ich... Oh mein Gott. So, äh... Jetzt lassen wir mal leben. Vielleicht, ähm... Vielleicht wird der gleich von Alma irgendwie zerfleischt und, äh... Und das verpassen wir dann. Kann ich da rüber? Ja. Äh... Hier kann ich nichts betätigen. Ich kriege Berichte aus der ganzen Stadt. Da draußen gibt es immer noch Delta Force Nestern. Wir wollen einen Evakuierungspunkt bei einem Krankenhaus ein paar Meilen von hier einrichten. Beim Oberpemorial. Aber diese Freaks sind überall. Ja. Das stimmt. Ich bin nicht weit davon entfernt. Gut, gehen Sie zum Krankenhaus. Wir treffen uns laut. Okay, dann treffen wir uns am Krankenhaus und hier springen wir wieder irgendwo runter und das Level ist zu Ende. Ich wette um 50 Kekse, das Level ist zu Ende. Verdammt! Nein! Jetzt hab ich 50 Kekse verloren. Ah, könnt ihr euch hier alle abholen. In Bremen. So. Äh... Da hat doch gerade jemand auf mich geschossen. Hast du auf mich geschossen, Kran? Hä? Hast du... Das gibt's ja nicht. Hier ist ja wirklich alles gegen mich. Ähm... Wups! Ich berühre nicht den Boden. Der Boden ist... Äh... Ist heiß und deswegen berühre ich nicht den Boden. Ja. Hab ich früher mal als kleines Kind gespielt. Bloß nicht den Boden berühren. Naja. Au! Au! Wobei das... Ich glaub das ist hier keine gute Idee, oder? Ich mein ja, ich bin ja hier wie so auf so einem Präsentierteller. So. So. Und jetzt... Ups! Der Boden ist heiß. Au! Der Boden ist heiß. So. Bäm! 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 Oh, oh! Ähm... Hier... Ich will mal wieder hier ein paar... Wow! Hehehe! Hehehe! Oh, oh! Was seh ich denn da hinten? Oh, oh! Okay, Moment, Moment, Moment. Wie machen wir das Ganze? Ich glaube, ich habe noch andere Granaten. Wups! 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 Oh, oh! Verdammt! Moment, äh, andere Granaten. Äh, fünf. Da, Platz. Kommt der? Ja, er kommt. Er kommt, er kommt. Okay. Moment, das legen wir dann dahin. Und hoffen, dass er reintritt. Nein, oder? Doch, doch, doch! Ja, voll! Ja, ich hab gesessen! Yeah! Geil, Mond, oder? Jo! So. Ähm, das war geil. Ja, das fand ich geil. Doch, das hat mich so ein bisschen, ne? Angeturnt, ja. Hehehe! Ne, hier! So! Ach so, verdammt! Blöde Kiste! Seht ihr? Die schützen die, das gibt's ja nicht. Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Ich dachte schon, er hat da durchgeworfen. Das wäre natürlich! Du gehst rein? Wo willst du rein? Hä? Du meinst wohl, die Kugeln fliegen in dich rein? Du bist hier hinten, oder? Ja! Oh, oh! Ich bin da oben! Oh, 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 oh. Wo? Wo? Waren das alle? Ich... Ich glaub, das waren alle, aber du! Jetzt muss das auf mich fliegen Und dann bin ich tot So Und hier Nagelpistole-Munition Ne, oder diese Munition, das heben wir jetzt alles auf Hier, so Und so Und so Hebe ich alles mit den Arschbacken auf, ja Also ich schieße die Waffe Mit den Füßen hoch und dann fange ich sie mit den Arschbacken Ja Und dann hier Nehme ich auch gleichzeitig das Magazin raus Und tu es auch mit der linken Arschbacke Wieder in die Tasche rein Also falls ihr euch fragt, wie ich hier die Munition aufhebe Ohne die Hände zu benutzen Ja Leute, ich sehe überall Blut Ist das, ist, ist das normal? Ach du Scheiße Okay, Freunde Ich mache es der Alma mal ganz einfach Und lege mich einfach hier hin Und Ja, so Sie hat gewonnen Ich gebe auf Ne Wir kämpfen weiter Aber was zur Hölle Was ging denn hier vor Vor sich Oh nein Oh nein Das sind diese unsichtbaren Typen Oh Gott Ich glaube nicht mehr lange Und wir Ist das der Typ? Ne, oder? Nein Ja, nicht mehr lange Und wir treffen auf die Typen Oh, die Meine Augen spielen mir Streiche Ich dachte schon Ich habe da rote Augen gesehen Die mich angucken Woher kommen die Geräusche? Die kommen aus den Schichten Oh mein Gott Da Da Wow Was war das? Was ist das denn? Das ist ne Das ist sowas wie ne Selbstschussanlage Was zum Ja mei Du willst mich doch verarschen Das geht doch gar nicht So, komm Stopp, 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 stopp Ja, okay Die sind einfach zu töten Sagte Holly Und starb Und verzweifelte am nächsten So Äh Hier Nehmen wir das alles So, 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 so Wo? Habe ich was verpasst? Nein, ne? Wehe Gnade dir Gott Addon Gnade dir Gott Wenn ich wieder einen Schockmoment verpasst habe So, Telefon Sag mir was Ich warte auf dich Du bist nicht cool Du bist nicht cool Du bist Du bist Du bist gruselig Ähm Drücken sie 7 Um das mobile Geschütz auszuwählen Das mobile Geschütz halt Hält auf festen Ähm Blblblblbl Mano Ja, also hier haben wir jetzt diese Miniguns Hey, cool Die wir gerade abgeknallt haben Ähm Auf 7 Boah, wie weit muss ich denn meine Hände spreizen? Ich brauche 6 Finger Das gibt's ja nicht Irgendwie hier so noch so ein richtig Lein Ne, okay, ich hör auf Ich weiß ja nicht, woran ihr jetzt wieder denkt So Oh, oh Nein, Taschenlampe aus Sonst kommen die wieder hier Tag, du Schlampe Äh, Taschenlampe meine ich Äh Ne, 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 ne Boah, ich seh nichts Hier war irgendwo ne Tür Tür, Tür Na, okay Darf ich nicht benutzen Alles klar Dann müssen wir wohl hier durch Ähm Was ich mich aber frage ist Oh, du lebst noch Was? Der kommt da Der kommt da raus Ich weiß es Ich weiß es Hier Also was ich mich frage ist Ob ich die, ähm Geschütze wieder abbauen kann Das wäre natürlich richtig cool Moment Wow Ja, und jetzt gehen wir hier unten hin Und jetzt Ach, verdammt Hast du noch mal Glück gehabt Aber jetzt hier Ja Eine Kugel hat gesessen Ja So, du warst kein wirklich großes Problem Du warst eher ein Langweiler So Yeah Ich hab ganz schön viele Tricks in meinem Ärmel Ähm Zeig ich dir gleich Zeig ich dir gleich So, aber zuerst will ich Munition aufheben Und, ähm Dem Licht folgen Das jetzt weg ist Ist das gerade angegangen? Nein, ne Meine Augen Hört auf Augen Hört auf den Holly zu veräppeln So Medi-Packs Und ich wechsle auch mal die Granaten So Au Au Autsch Ähm Was? So Ich möchte jetzt die MGs ausprobieren Wie ist der Status? Dein Status ist gleich tot Na, wo bist du? Ja Ha Wie ich's wusste Uh Ach, die kommen Die kommen ja von überall Na, komm, 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 komm Okay, der ist tot Der lebt noch Ich glaub's nicht Vorrücken Ich brauch ein Snipergewehr oder sowas Das wär jetzt richtig cool Gibt es in 4-2 ein Snipergewehr? Wie gesagt, das wär richtig cool Hier kann ich nicht rein Hier kann ich was aufheben Und Dich knallen wir ab Moment, wir versuchen mal hier so ein MG Uh, was seh ich da? Was seh ich da? Ach, die sind da oben Au, 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 au Der ist gar nicht da oben Der Okay, wir machen ein MG MG Hey Für den Frieden Na, knall die ab Wallo Ich glaub's nicht, oder? Ich glaub Nein Äh Ja, genau Ja, genau Die Der ist noch nicht tot Nein, knall die Leiche ab Achso, okay Ich hab einen kleinen Freund Nein, du bist in Ruhe Ach, da hinten kommen wieder welche Das ist ja hier ein richtiges Massaker Das hört ja gar nicht mehr auf Oh mein Gott Moment, da setz ich jetzt noch einen hin So Oh Fast wär ich tot Und speichern Ich hör da einen Helikopter Ach, das sind die Dinger Achso, achso So, ähm, dann lass ich euch jetzt alleine Ah Ähm, könntet ihr mir sagen, wohin ich denn muss? So Muss ich denn da oben hin? Äh, verdammt Nein, okay Ähm Ich weiß Yeah Ach Ich weiß echt nicht Achso Ah, dann war das richtig Gut, das war richtig Ach, du bist da oben Gut Muss ich mich jetzt hier verteidigen, oder wie? So So, hier nehmen wir Ah, da höre ich dich schon Da höre ich dich schon So, wo, 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 wo Da So, ich glaube, es wäre gut, wenn ich da oben eine hinsetzen würde, oder? Moment So Knall dir ab, mein Freund Komm Zeig, was du drauf hast Zeig, dass du kein Schwächling bist Ach, keine Ahnung Hier, komm, mach ich fertig So Geht ja Alles klar, wir treffen uns bei der Tür Ha Gut, ähm, bei der Tür Da hinten, gut Ähm Ich würde dir gerne einen High Five geben, aber ich bin viel zu klein Naja Ich lass dich mal hier alleine So Moment, ich versuche die mal da abzubauen, die Typen da Ja, Checkpoint wird gespeichert Ach, komm Moment mal kurz Schön, dass sie nichts abgekriegt haben Ach, schade, geht nicht Mal kurz Da Fuck Es ist